So, willkommen zurück auf dem Friedhof. Und wir gehen jetzt mal nach Hause und ich denke mal, dass der Tag jetzt eigentlich vorbei sein müsste. Mal sehen. Ja, es wird spät. Gilber beschließt, heute heimzuleben oder zu fahren. Das war Tag 3. Oh, excuse me, I'm going inside. Oh, excuse me, I'm afraid St. George's is closed for the day. I'm not a customer. I'm here to see the owner. Why don't you just leave your name and number with me and I'll tell him you stopped by. Listen, if Gabriel is here, he'll want to see me. Is he here? Really couldn't say for certain, but in the morning. Gracie, say good night. Hat sie doch anders entschieden. You came. I didn't think you would. I didn't think I would either. Your eyes. Oh, I could show you round a little. It's not much, but... Please, don't. I couldn't focus on much of anything right now. Yeah, I know. God, what is it about you? Just shut up and kiss me. Und kein Albtraum. Just shut up and kiss me. 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 Du sprichst nicht mit mir heute Morgen? Keine Ahnung, ich habe nur nichts zu sagen. Mach es deinen Weg. Falls ihr es nicht schon gesehen habt, links im Fenster, neben der Tür guckt jemand durchs Fenster starr. Habt ihr diesen Mann außerhalb des Schraubes gesehen? Ja, er gibt mir die Schrauben. Ich wünsche, er würde weggehen. Geh die Hölle aus hier! Die machen da gerade irgendwie Umzugsaktionen oder so. Keine Ahnung. Ja, die scheint das wohl irgendwie ins Rampenlicht, äh, der... Ich kann ahn, dieses Voodoo... Ja, das ist ja schon fast... Es scheint ja doch ein Kult oder Sekte zu sein, geraten zu sein. Und sie haben uns jetzt wohl auf dem Kika. Oh, 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 oh. Es wird von Tag zu Tag wirklich schlimmer. Times to Kane vom 21. Juli 93. Noch zwei Tage übrigens bis, bis zu Johannesnacht. Gables Auge wird sofort von einem Artikel über die Voodoo-Morde angezogen. Er überfliegt ihn. Ich glaube nicht, sie haben das Kultus geschlossen. Hm. Welches Kultus? Der Voodoo-Mörder-Kultus. Der Papier sagt, dass die Polizei gelernt haben, dass die Mörder zum Ergebnis einer unter der Weltkartel-Wahrung und dass die Wahrung ist vorbei. Das ist nicht gut. Das ist verdammt. Was für die Mörder? Was für die Mörder? Und der Voodoo-Ambul. Ich habe nichts davon gehört. Ich weiß, dass du es in den Sinn hast, Gabriel. Aber wenn es vorbei ist, dann ist das gar nicht ein Negativ. Insofern, wenn du das so schreckst, warum nicht mit deinem Freund Mosley sprechen? Du verstehst es nicht, Grace. Gebt es einfach, okay? Pichy. Hast du eine Minute, Grace? Was ist denn? Hast du für mich Messungen? Nein, jetzt keine. Könntest du für mich etwas Forschung machen? Sure, was? Ich habe ein Patent, ich brauche dich zu recherchieren. Wie interessant. Was ist das? Es ist eine Reconstruktion von den Tracings, die sie gefunden haben, um die Mörder. Die, die in Flügel und Blut. Uff! Du solltest nicht dieses Kind ausfüllen. Wer weiß, was diese Symbols bedeutet. Well, weh deine schreckliche Böden, wenn du möchtest. Aber schau es für mich, würde ich? Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Was anderes? Nein. Ich kann nichts denken. Okay. Ich gehe raus. Grace. Geh zurück auf meine Account. Bis dann! Bis dann! Hier müssen wir auf- So, so Moseley, komm her, was heißt hier voll abgeschlossen? Wenn ich da keine gute Erklärung für bekomme, dann weiß ich auch nicht. Detektiv Moseley, hart an der Arbeit, ich sehe. Night, komm her. Night? Ich liebe dir das, aber du bist aus einem Buch. Der Voodoo-Mörder-Case hat geöffnet. Ich habe die Gefühl, dass du das sagst, sonne B****. Könnte ich dir etwas fragen? Du bist der Schrift, frag dich. Okay, was ist hier los? Was ist der Status auf dem Voodoo-Mörder-Case? Der Case? Welcher Case? Ich habe dir gesagt, der Voodoo-Mörder-Case ist geschlossen. Wie kannst du es einfach geschlossen? Es ist nicht geschlossen, ist es? Oh, es ist geschlossen. Es ist so, dass die Chicago-Mafia versucht, das lokale Territory zu verhindern. Sie hat die Mississippe für Drogen zu fahren, jetzt dass Florida so hoch ist. Was wir hier hatten, war ein bisschen resistance von localen Businessmen. Word kam in this morning, dass die Chicago-Mörder-Case ist gevin' up und pullin' out anymore. Aber das bringt die Killers zu justice. Well, the boys upstairs seem to figure it this way. Let the slime kill each other. Better the vermin we know than the Chicago vermin, I guess. The attitude in the department is that we've just been done a huge favor. They're probably right. What about the local cartel? Are you just gonna let them go? At least they're part of us. We'll deal with them over time, always have. New Orleans is pretty clean that way, you know. Well, that's the illusion, isn't it? Look, I'm not totally in agreement here either, but what can I do? These guys are not about to get caught. I'm disappointed about the book, too. Next big murder case I get, I'll call you in and we'll do that one up right, okay? In fact, I could probably dig up some old cases and you could spice them up. No thanks. I think you don't think most of what you've told me. What's the status on the voodoo murder case? I told you it's closed. How can I convince you to reopen the case? Look, the department's not interested. So, couldn't you make them interested? With what? I've got seven bodies and still no leads. The voodoo ankle's worthless. And besides, these people aren't hurting anybody but out-of-town drug dealers and hitmen. The voodoo stuff is not worthless. It's the key to the whole thing. And these people are dangerous. They need to be stopped. Okay, you want me to reopen this case? Probe what you just said. What do you mean? You need to... Probe there's a legitimate voodoo cult in New Orleans. Probe there a threat. Get me a lead on the cult. Okay, I have to take three things to get done. Okay, I have to take three things to get off. To get the file to be opened, do I have something? I have something to see? I have something to see. Uh... Is this here? You know those marks you found around the murder victims? This is a reconstruction of the whole pattern. What makes you think this is an accurate reconstruction? Well, I borrowed the partial patterns from your police file and did my own tracing of the pattern at Lake Pontchartrain. An architectural artist reconstructed it for me from the partials. Really? So this is the whole pattern, huh? Well, that's pretty good work, right? But that doesn't prove that this pattern is really connected to voodoo. Huh? Dazu fehlt wahrscheinlich noch die Analyse des Uni-Professors, der das Ding gerade in der Hand hat, bevor ich das Ding geben kann, mostly. Was ist das hier mit? Diese Symbolien sind von Marie Laveau in St. Louis Cemetery. Sie sind Teil eines secretes Voodoo-Codes, den ich durch ein Voodoo-Yen habe. Haben sie nichts über die Mörder gesagt? Well, nicht genau. Genau. Ich bin sicher, das ist ein legites Voodoo-Code von irgendwelchen Art, Knight, aber... Unless es mir die Namen und die Analyse des Mörders gibt, ich glaube, es wird nicht viel Hilfe an diesem Punkt geben. Okay, reicht ihm auch nicht aus. Ich glaube, im Moment, im Moment haben wir auch nichts, was ihn überzeugt. Aber wir wissen, was wir jetzt ungefähr brauchen. Gut. Wir spielen wieder. Wir spielen wieder. Wir sehen dich. Nachher, Knight. Lass uns mal schauen, wo es jetzt hingeht. Ich muss erst mal kurz überlegen. Wir müssen mal die Karte sehen. So, lass uns mal zum Park zuerst gehen. Ich glaube, da müsste noch die Madame Loreley sein oder wieder da sein. Oh. Ist das nicht Crash? Das ist Crash, der Typ aus Mosleys Büro. Sobald er Gabriel sieht, weicht er zurück wie ein getretener Hund. Hmm. Ich frage mich, was er da ist. Okay, er haut ab vor uns, aber... Ich hab schon eine Idee. Und zwar gehen wir mal zum Aussichtspunkt. Bei dem waren wir übrigens auch noch nicht. Wir können ihn verfolgen. Welches von dem weiß ich gar nicht jetzt. Ach, da ist er. Was macht er mit dem Trommler da? Das ist Crash. Was zur Hölle ist er mit dem Trommler? Hm. Okay, ja, wir gehen ihm noch nicht hinterher. Ich muss erst mal zurück zum Laupoleon Haus. Vielleicht hat der Typ ja endlich mal das Ding fertig gebaut, was ihm gegeben haben gestern die Form. Von dem Arm reif. Sam, mein Mann. Hey, Day, es ist dir. Ich habe das Bracelet für dich. Super. Das Stück war ein echtes Kaffee. Für einen Grunde, der medal war einfach nicht gesetzt. Ich muss mich aus der Präte. Well, es sieht gut für mich. Danke, Sam. Kein Problem. By the way, ich gehe aus der Stadt heute. Ja, woher zu? Markus hat mir gesagt, dass wenn ich ihn in der Chess, er würde mich um die Räte. Der alte Kaffee hat genug Geld in seiner Kaffee, um das federale Deficit zu erfüllen. Und er liebt, dass es eine Pfanne zu spenden. Ha! Ich werde mich überraschieren, ihn schreien durch jeden Meter. Das klingt wie Spaß. Glückwunsch. Sind Sie schuldig? Glück ist mein Mittelpunkt. Dann suchen wir mal den guten Crash auf. Crash ist in der Bank zusammengesunken. Er sieht ernstlich krank aus. Wie jeder Arme. Reden wir mal mit ihm. Ich brauche dich zu sprechen. Ich frage dir einige Fragen. Kein Weg, Mann. Ich bin zu krank. Geh weg. Komm schon. Ich muss wissen, was du über diese Voodoo-Leute wissen. Du, du, du weißt nichts über nichts, Mann. Du bist so weit von mir, du wirst nichts verstehen. Nur wie immer, wenn du Moseley bist. Geh weg. Ich bin nicht wie Moseley. Ich weiß mehr, als du denkst, was ich mache. Ich glaube dir. Lass es, Mann. Es ist nicht wert, mein Blatt. Ich weiß nicht, wie sie ihn auch schon abgeholt. Du kennst das? Woher bekommst du das? Warum? Wissen Sie es etwas über das? Wissen Sie es etwas über das? Wissen Sie es etwas über das? Schau es an. Schau es an das. Ein Zeichen. Ein Zeichen. Ein Zeichen des Zeichen. Ohne es. Sie werden dich nie zu nahe kommen. Ein Zeichen des Zeichen? Genau. Dein Tattoo, mein Bracelet. Und jetzt, glaubst du, dass ich etwas über diese Leute weiß? Ja. Du kennst über die Leute, ich... Ich glaube... Willst du jetzt ein paar Fragen für mich jetzt? Okay. Okay. Ich... Ich... Ich spreche dir ein bisschen. Aber ich mache es schnell. Sag mir über dich selbst. Ich war das. Ich habe die Klauen... Beatz zu, und ich habe den großen Enchein. What the fuck was? Ich habe dich zu sprechen mit dem Drummer. Was hast du ihm gesagt? Du sah mich mit dem Drummer? Das ist niemand zu sehen. Shit! Ich habe es wiederholen. Ich habe er水kommen. Ich war es nicht zu sagen. Ich werde ihn wiederholen. Alles gut ist. Was? Promise me you won't tell anyone you saw me. Okay. But you have to tell me everything I want to know. Okay. Okay. I was sending a message, man. Yeah, these... These rotter drummers posted around the border. They see everything. And they report. Report? How? The drums, man. It's some kind of code. Tell me about the Radar-Drums. I already told you about that. Tell me what you know about a secret voodoo harmful in New Orleans. Alright. There's this underground cartel in New Orleans. A voodoo cartel. They control everything that happens on the street. I mean, everything. Bot was sold. And they have their fingers in the legit world, too. Banks. Foreign stuff. You name it. It's supposed to be this temple. What you said in the Hellen Forum. That's the headquarters. I heard people say it's... It's underground. Somewhere in the French Quarter. I don't know where. Have you ever been there? No. No, no. I've never been in it. I'm a nobody. I'm a runner. But I saw them once. Out of the lake. They became animals, man. Beasts. I remember the eyes. The eyes. Hey, are you okay? The eyes. The eyes of the snake. I think I should go get a doctor. Hey. Are you alright? Someone. I need help. The eyes of the snake. Dambalaha. What snake? Crash. Oh, god. Oh, bastard. Oh, god. Oh, bastard. Crash's Gesicht zeigt Spuren, als ob er stranguliert worden ist. Er hat blau angelaufen. Er hatte bestimmt keinen leichten Tod. Machen wir mal sein Shirt hoch. Da ist dieses Schlangensymbol, was auch der Armreife ist. Das ist Teil der Sekte. Die malen wir uns schnell ab. In unserem Buch. Ich glaube, ich werde das Tattoo kopieren. Super. Und gehen lieber weg, bevor wir noch selbstverdächtigt werden hier oder so, dass wir ihn umgebracht haben.